Omi, Opa laden uns auch dieses Jahr zur Weihnacht ein. Wunderbar, da gibt es Plättchen, selbstgebacken, die Besten, du kannst jeden fragen. Ein Tannenbaum, ein Schüsselglas, natürlich auch eine Weihnachtsgans. Wenn noch das Eis, Erbe, Banane, dich passiert, wird sie das ja nicht. Ich sage euch, es gibt noch mehr, Päckchen, klein, groß, bunt und schwer. Wir alle singen Weihnachtslieder, zum Beispiel alle Jahre wieder. Vati spielt dazu Gitarre, Mutti probiert es am Klavier. Ich spiele lieber MP3, das ist schöner und nicht so schwer. Ich hab auch ein Geschenk für euch, ein kleines Nur, ich bin nicht reich. Es ist von mir ein Weihnachtslied, nicht lang, nicht schwer, singt alle mit. Omi, Opa laden uns auch dieses Jahr zur Weihnacht ein. Wunderbar, da gibt es Plättchen, selbstgebacken, die Besten, du kannst jeden fragen. Ein Tannenbaum in schönstem Glanz, natürlich auch eine Weihnachtsgans. Zum Nachtisch Eis, Elfbeer, Banane, dick verzehrt mit süßer Sahne. Sind vorbei, die Weihnachtstage, fahren Mutti, Vati und ich nach Haus. Opa, du, ich hätte ne Frage, wie schaut's denn an Silvester aus? Da kommen Omi und ich, dein Opa, wie alle Jahre zu euch nach Haus. Da wird's wieder lustig, lustig, da lassen wir das Schweinchen raus. Knall, Frosch, Heuler, Kanonenschlag. Wir gießen Blei auch, ist doch klar. Wir stoßen an, wir küssen uns und wünschen allen ein gutes neues Jahr. Ein gesundes, ein gutes neues Jahr. www.kong-kong-kong.de Vielen Dank.